Was Aucotec unter anderem ausmacht, ist unser Produkt Engineering Base. Damit sind wir unique im Markt. Wir benutzen es als Software Enabler, um bei unseren Kunden Engineering Prozesse umzustellen. Und genau um dieses Umstellen von Engineering Prozessen geht es im Bereich von Professional Services, weil dafür sind wir verantwortlich und dafür übernehmen wir auch sehr gerne die Verantwortung. Das ganze machen wir zusammen mit unseren Kunden in großen, nationalen wie internationalen Projekten. Unter anderem liegt die Conference Professional Services dazu, dass die Experten aus meinem Bereich zusammenkommen, sodass wir uns gegenseitig austauschen, Erfahrungsberichte austauschen, Best Practices etablieren und auch schauen, dass wir unsere Consulting Standards weiterentwickeln. Die Inhalte sind natürlich extrem wichtig. Über das reden, was wir an Projekten haben, wie wir Kunden erfolgreich machen, wie wir das adaptieren können auf andere Kundenprojekte, sodass wir im Endeffekt unsere Consulting-Qualität natürlich verbessern und steigern. Die Kollegen kommen aus allen Standorten hier in Deutschland. Das ist natürlich das Headquarter hier in Hannover, aus Frankfurt, aus Nürnberg, aus Stuttgart, aus Köln und auch aus München. Es freut mich persönlich, nach langer Zeit alle Kollegen mal wieder persönlich zu treffen. Uns auszutauschen, zu netzwerken und natürlich auch privat mit den Leuten zu reden, über das, was die Kollegen so bewegt. Uns auszutauschen, zu netzwerken und natürlich zu netzwerken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.